Oh, Veteranen kann's lustig werden. Warum? Naja, im Story-Modus wurden wir runtergestuft, jetzt im Veteran-Modus werden wir hochgestuft auf Level 70. Ui. Wir können ja mal gucken, ansonsten kann man immer noch wieder raus. Ja. Also, wir können auch CC'n, also wir haben... Wir buffen uns jetzt erstmal durch alle, dass jeder seinen Buff hat. Fertig. Ich kann anders buffen. So, wir können sauber spiele, halt den Tank vor und so weiter. Also, ich kann einen aus dem Kampf nehmen, den rechts vorne. Oder den, ne, links hinten nehm ich einen. Nimm einfach den hindersten raus. Ne, Moment, ich nehm den goldenen raus. Der, der jetzt links kommt. Oh, wollen wir erstmal den Troiden da angehen? Ja, wenn's geht. Logo. Das ist vielleicht immer noch nicht, wie ich mein Gläser schmiss. Gar nicht. Du bist Hexer. Ne, weil die jetzt jedes Mal aufhören. Du zauberst. Dann läuft die Sache. Ja. War's Arschträngel vom Heile her? Ne. Ich kann halt jetzt nicht mehr, wie im Story-Modus nebenbei, andere Sachen machen. Lege ihr auch gleich hier vorne? Ja. Wart, sie kann einer raus. Okay. Äh, ja, ich wirbel den rechts. Und dann direkt drauf. Los. Ja, irgendwie hängt jetzt hier alles bei mir. Ja. Aber nächstes Mal lassen wir das lieber. Dann pullst du trotzdem, glaub ich, lieber zuerst und ich tu dann einen rausnehmen. Ja, warum ist das passiert? Weil er dann Probleme hat, die Akku zu halten. Na, ich hab nur ein Spell Gedankenkontrolle und der hat, ähm, 15 Sekunden Abklingzeit. Bei zwei Monstern geht's noch. Aber ihr müsst da wirklich aufpassen. Vor allem du, Fauxy, mit deinem Machtsturm. Das ist ein AE-Effekt. Du darfst... Erste Gedönster, ne? Machtst... Äh, da. Du darfst ihn nett zaubern, wenn da irgendwas, äh, weggebannt oder weggemacht wurde. Oder ich mach hier den rechten weg. Aber ich brauch noch drei. Und ihr im Nahkampf müsst halt auch aufpassen. Guck, was muss ich achte? Ähm, ah, wenn einer rausgenommen wurde, dass ihr Daten mit Akku zieht. Und AE-Attacken einsetzen. Einbringlinge entdeckt. Ich hab hier Sterne. Was ist das? In der Handsysteme der Hämmerstation aktiviert. Wo hast du Sterne? Von deinem Beruf her. Du kannst die abbauen. Öhhh. Euhhhhh. Im Parade, du solltest das Tier vom Tank nehmen. Das war der erste, den er gespottet hat. Ja, aber du musst das nehmen, was er angreift, nicht das, was er spottet. Okay, in berühr. Warte hochheilen ist, warte wieder aufleben. Oh, hat eigentlich ganz okay geklappt, oder? Bis ich noch rausfinden muss, was bei mir... Mich stört, dass er sich unten die unterste Leiste nicht mit den Tasten machen kann. Vorsicht, hier würde ich jetzt gucken. Maus drauf muss. Da steh'n hier vorne an, oder? Hast du irgendwas um eine Herzenlocke? Ja, Gedankenkontrolle. Ja, dann schieß mal. Okay. Oh Gott, du hast alles gepullt. Komm zurück, komm zurück um die Ecke. Heil, heilen, ist ein Sterbter. Ja, es ist nicht so einfach. Ich hab gleich Aggro, Achtung. Weck das. Soll ich rein? Ja. Auch, komm. Wir müssen da was rausnehmen, ich bin tot. Du bist tot. Ja. Warum sie heilen? Ich weiß nicht, welche für alle ist. Sie kann nicht heilen. Ach so. Okay. Hey. Ich hab zwar irgendwie vier Dinger, irgendwas mit... Warte, das ist unnatürliche Erhaltung. Na, das kommt davon, wenn man... Aber ich glaub, ich kann mich mit allen vier, glaub ich, nur selbst heilen. Ne, dieses dunkle Heilung. Heilt ein verbündetes Ziel, um... Ich mal nach da liegen. Kassi, äh, wir lebt dich schon, ich verpasste uns. Ja. Ja, wir sind Attacken verschwunden. Ähm, hast du das Schloss neben mir drin? Und zwar... Guck mal, ob du auch die Fähigkeit Wirbel hast. Warte, da hin. Ähm, warte mal. Meinst du mich? Ja. Fauxi, sie müsst ihr auch haben. Wo finde ich die nochmal? Dann kann man den drei Ziele aus dem Kampf nehmen. Warte, fragst du mir. Gehen erst mal zu der anderen und dann... Das ist so ein lilanes Ding. Ah, ja. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir den... Warte, warte. Warte, warte. Dass du zuerst wirbelst. Dann hast du automatisch die Akku... Alle bleiben hier hinten stehen. Jetzt ne... Du wirbelst den goldenen. Mhm. Den ersten, ja. Du wirbelst das Zahnrad und ich wirbel hinten den da, ähm, den Stern. Mhm. Und wir töten als erstes die drei kleinen Roboter. Aber du wirbelst zuerst und gehst dann hier hinten. Dann kommt alles um die Ecke. Dann kann ich den anderen wirbeln und wir machen hier die kleinen erstmal weg. Okay. Ich muss aber erst ihr leicht gemacht werden. Was muss ich? Deine Leiste. Also Fähigkeit. Ich hab jetzt die dunkle Heilung. Da steht, dass ich damit verbündete Ziele heilen kann. Dann dieses... Pein. Warte, du hast beim Ziehen eine starke Pein aus. Mach da mal links das Schloss, dass das zu ist. Damit heile ich mich selbst. Er ist noch da. Wie sehe ich also so einen kleinen Arm, wenn der ums Eck kommt, springe ich durch. Richtig? Also ihr, du und Fauxi, ihr könnt hier hinten stehen bleiben und warten, bis sie um die Ecke kommen. Okay. Fauxi, bist du weit? Mhm. Warte, ich buff dich. Jetzt kannst du wirbeln. Jo, mach ich. Wenn ich euch auswähle, ist das genauso, als würde ich ein Ziel auswählen, oder? Nee. Und jetzt komplett um die Ecke. Wieso ist der wieder draußen? Der ist. Keine Ahnung. Ich wöbel nochmal. Ah, scheiße ab. Ich bleibe. Der ist gar nicht, welcher ich ausgewählt habe von hier unten. Die sind an die Ecke, oder? Ja, ja. Die sollen alle kommen. Ui. Wenn die wenigstens einzeln kommen würden. Nacheinander. Wieso kann ich die... Wieso kommen jetzt auf einmal wieder alle, was jetzt los ist? Keine Ahnung. Aber der eine ist jetzt zu wirken. Stopp. Nee. Irgendwann mal ganz in Ruhe meine ganzen Erzappen durchlesen, was welcher Scheiße ist. Oh. Weglaufen bringt nichts. Echt nicht? Nein. Dann lieber sterben, damit wir alle weiter können. Ich kann mal die Attacken nicht auswählen. Da steht halt... Also das ist das Rote. Ich denke mal, mir fehlt die Nächstes. Irgendwas. Ich hab das beim letzten Mal gesagt. Noch mal probieren? Ja, ja. 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 Und jetzt weg. Es sind nur noch die zwei großen da. Ja. Also wirbelst wie das Reet schon, nur nebendran, oder? Es sind nur noch die zwei da. Ich wirbel den hinteren. Durchbaff. Die, die ihr gewirbelt habt, nicht angreifen, oder wie? Ja. Welcher wird jetzt gewirbelt? Zahnrad oder Stern? Ähm. Wie wär's, wenn du Stern wirbelst und ich wirbel Stern nach, wenn er rauskommt. Und Zahnrad greifen wir an. Gut. Moment. Start vorne, oder lass mal herkommen? Lass die... Lass das Zahnrad herkommen. Lass uns das hier um die Ecke machen. Gut. Achtung. Komm mit, Schnuggi. Wie wärst du die Schüsse ab? Äh, macht er automatisch. Der andere ist nicht mehr gewirbelt, keine Ahnung, warum. Ah, kann sein, dass da ein Dauer auf dem CT ist. Ich verstehe Gott nicht. Deiner tut nicht Dauer haben. Ja. Da muss Vox, wie das bei sich rauskam. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Imperator sowas hat. Ich hab's jetzt nicht gefunden. Ja, du. Bestimmt kein Wirbel. Das könnte bei dir anders heißen. Ey, ich mag diese Kugel. Beim Hexer ist es der Wirbel. Ähm. Ja. Das war's. Hat irgendwer von euch da in die Richtung ein Zahnrad? Nee. Nein. Ich kann vier Sekunden lang betäuben. Ich kann nur 1,99 Sekunden wirbeln. Was ist denn dieses Wirbelgedöns? Das ist ein CC, das heißt Wirbel. Und damit kannst du Gegner für mehrere Sekunden, ja, außer Gefecht nehmen. Wirbel. Also ich hab das nicht. Wirbel. Dolom? Oder? Bin's beim, doch da. Da wieder einer rausnehmen und rein. Das sind nämlich vier Stück oder so. Oh wow. Während ich jetzt aber gucken war, seid ihr jetzt weiter. Also ich hab's bei mir gefunden. Betonwelternämse? Ich hab wieder Charger. Ich würde in die Mitte rein, oder? Okay, also der mittlere Charger. So. Geht los? Ja. Ich hab hier Akku von allem. Jojo, ich bin schon dabei. Ich kann meine Attacken nicht verwenden. Versteh's nicht. Ich bin schon dabei. Irgendwie... Ich schaue euch mal aus der Ferne zu. Bei mir sind alle Attacken dunkel. Kann oder darf nix tun. So, ist noch einer gestunt? Ja, weil der zu nah dran war. Und lost. Ich bin schon dabei. Bin ich! Ich hab da vorne, ähm, ein Entgiftungsfeld dazu Ja, das leuchtet mir auch blau Ich seh nix leuchten, oder? Ich durfte nicht klicken Muss jeder einsammeln oder reicht mir einer, oder wie? Das ist so ein Berufsding Ah, okay Also ich dieses Hacker gedünst hab Genau Es gibt in verschiedenen Instanzen auch, ähm, Abkürzungen Okay So wie hier durch So lange es da nicht mehr Gegner gibt Moment, 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 Moment Komm zurück, komm zurück, komm zurück Erschöpfungsturm, komm Ich kann euch Entgiftungsfilter anbringen Okay Jeder von euch müsste jetzt den Buff haben Ja Und damit kann jetzt jeder durch diesen Tunnel laufen Warte, woran seh ich das? Der Buff heißt Entgiftungsfilter und hält 10 Minuten Also kann ich einfach jetzt Ja, jetzt kann ich die hier rein Ohne irgendwas extra aktivieren zu müssen Nein, wir müssen nix, das muss ich machen Aber wir haben jetzt 10 Minuten um hier durchzukommen Deswegen wollten wir uns beeilen Wir müssen 10 machen, oder? Ja Ja, die rechts kommt auch mit Ja, die rechts kommt auch mit Also, mach hier ne AE und geh dann wieder Wofür steht 11? Ähm, Flechner, halt nicht Du musst das Akku von den rechts ziehen, weil ich tank jetzt Und das geht mir gut Ich bin gleich tot Schneller Ja Mehr als Auf die Tast machen gar nicht nix Also das mit dem Gedankenkontrolle ist totaler Crap Das ist die Abklingzeit viel zu hoch Ui, 6 Stück Plus ein Boss, der oben kommt Was? Was? Was hast du denn jetzt gemacht? Äh, äh, wer auch immer Er hat alle geputzt Ich hab noch gar nix getan Weiter zurück, schon ist der Boss dabei Irgendwie kann ich, ich kann nicht rennen Tagrund noch tanken Ich hab noch nicht Ich hab noch nicht Ich hab noch nicht gleich ist gut gehen die rüstungen kaputt so wie in anderen spieler ja ja echt wo sieht man das der ist charakter irgendwie rennt ihr trotzdem schnell als ich also wir haben glaube ich vier erwischt und jetzt kommt aber zuerst der boss hoch das ist kein boss das ist ein elite gegner also mit der tapptaste kann ich ja gegner auswählen gibt es auch eine tapptaste mit die ich euch zum beispiel auswählen kann wegen dem heilen ich bin eh kein heiler du machst ja nur schmerzen ich kann verbundete heilen bei dir ist es nicht gewollt eigentlich schmeiß deine blitze auf deine druck das war ein kurzschlussblick jawoll da unten sind nur noch drei das geht wollen wir die unten machen ja müssen wir ne können wir da nicht vorbei dran reicht das nicht aber die kommen dazu wenn wir oben die angreifen ne ich meine als der drüben hinschlaut Der Kleine schnappe ich mal. Ok, da gehe ich auf die Große. Ja. Ich warte, dass ich die Agro vom Clay habe. Ich habe die Fächer, aber du kriegst ihn nicht ab vom Fächer. Ich habe kein Wanner mehr. Ja, alles gut. Ich erzeuge mit meiner Heilung wesentlich mehr Akku als ihr mit euren Angriffen. Ja. Und dann haue ich immer mal wieder die Gedankenkontrolle pro Mob drauf. Und das bringt halt bei mir gefühlt gar nichts. Das ist Wahnsinn. Was ist das jetzt, was in der Mitte angezeigt wird? Sinnvoll, nicht sinnvoll? Ich habe für beides einfach Gier gedrückt. Das ist... Das ist ein toller Zeichen. Ich erfriere hier. Uh. war das mit dem gift nur in dem bereich ja nur in dem eingang sind die gespawnt und die haben nicht gemacht noch vollständig können wir nicht dran vorbei rennen so spät das men es macht Blip Da vorne kommt wieder ein großer Zum Beispiel hier links ist dann auch wieder so ein Berufverding und damit können wir jede Menge Mobs umgehen Der mag uns, kommt kuscheln Ich weiß halt nicht ob einer von euch den Beruf hat womit er hier das aktivieren kann Was genau? Hier das Teil hier drin Ich kann hacken aber ich weiß nicht ob ich das jetzt Es blinkt zwar teilweise blau auf aber ich kann nichts mitmachen Ah Das war für mich Haben wir den Boss jetzt einfach da allein gelassen? Das war kein Boss Das ist nur ein Äh nicht Boss Dieses Riesending halt Ja Jetzt hier siehst du was den Boss Was? Okay welche wieder gibt? Also irgendwas Achtet Es sieht aus wie die neuen Viecher aus Arc Ein bisschen Es kommen von außen kleine Drohnen Wenn die an einen dran kommen Bleiben sie stehen und Carsten einen Zauber und dann explodieren die Das heißt die gehen an euch dran Solange müsst ihr stehen bleiben und sobald sie dann anfangen den Kreis unter sich zu machen müsst ihr da rauslaufen Sonst seid ihr instant kaputt Und der Boss Also der kommt her und dann ends 2-3 weglaufen Alles klar Nein sobald stehen bleibt und eine Fläche unter sich hat dann weglaufen Ja Und der Boss selbst visiert glaube ich automatisch irgendein Ziel an und äh Ja das castet dann so ein Laser Mhm Super Also außen und nach stehen Ja zur Not die Call-Do Station aktivieren Und schön verteilt stehen Warte was aktivieren? Da stehen so Heilungsdinger siehst du die? Ah da unten bei dem Boss Ja Ja Wenn die Fähische schreit es geht nicht dann musst du dich selber heilen an dem Ding Ne ne dadurch wird die ganze Gruppe hochgeheilt Achso Okay also nur im Notfalldruck Ach genau Dann machst du das und wir kämpfen einfach weiter Du weißt ja wann du nicht mehr heilen kannst Ja Oder ist das gar nicht Schwieriger Ja geht schon Ich zitter mich hier gerade tot Warum was ist? Eise kalt Ei dann hol der irgendwas Hol der irgendwas Hol die Jacke auf 5 Kampf Noch höher Hol der die Jacke? Na dring höher Na Moment Gib ihm Feuer rein Aber die weg Du kannst Los Wir müssen alle runterspringen sonst nimmt sich der Boss zurück So geschnuggelt Dann können wir hier Ja Charge Lass ihn auf jeden Fall gut antanken Ja Zu spät Wie war das mit Obwohl ich seh diese Trocken noch gar nicht ne Oh das ist gut geschlagen quasi in die rücke Sehr gut Falls das vielleicht was bringt Ich kenn das aus andere Spiele Dann müssen wir sagen wer anvisiert wird Dann kann ich das nämlich runter reinigen Ich bin anvisiert Ich lass es einmal bis 5 hoch stacken und kann es dann runter reinigen Und steckt sich das zweite nämlich nicht höher als 4 Ja Achtung wo sind die Drohnen Also wenn die Drohnen an einem sind erst still halten Ja bis sie da stehen und dann Ja 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 Warum leuchtet ihr schittrot? Das hab ich angezogen Das war ich Was war das genau? Power Ich hab gedacht da hängt irgendwo jetzt die Drohne wieder rum oder so Ich kann der Gruppe erhöhen, so viel nachher ihre Fähigkeit ist nicht Ja das kann ich nicht von Anfang an, da muss ich halt Kämpfe dafür Umso länger der Kampf umso stärker wird es dann bei mir Dann hab ich's getrickt wo es doof ist Koldo Station einmal bitte aktivieren Oh Stabflash Wurde gemacht Jo Jo Abkommt Stabflash 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 Genau wieder angeteiert Ich buff bitte Aber Stabflash 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 Koldo Station Spaled Und Stabflash 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 Und Wie viel Leben hat der Boss noch? 8% 5% 0% Noch eine Koltestation aktivieren, wenn möglich Ich bin doch der, der tankt grad Ja, weil tankt tot 0% Ja, ich muss auch nicht mehr zu diesem Ding hin Du brauchst nicht freilassen Du brauchst nicht freilassen Okay Du bist ein besserer Tank als ich Ich hab aber grad das Fell gefunden Massenkontrolle Bist du jetzt weit weg von hier Oder kannst du wieder herkommen? Doch, jetzt kann ich dich wiederholen Wir waren was Lilanes Kann man jetzt Lilanes Sachen doch kriegen Obwohl man kein Abo hat Das war doch die letzte Diskussion im Livestream Ähm, wir kriegen's aber Hier steht erfordert eine Artefaktausrüstungsberechtigung Also man muss Abonnent sein Um Lilane Sachen Wenn man da reinkommt Da steht da Gott, ich mach das Name bei dem Lilane Geduld Bist 130 Rüstung haben die Boah, natürlich Ich kann's nicht ausrüsten Ich meine die Bosses sind 70 Aber es droppt Loot für Stufe 17 Ja Oder hier noch rennt zu Ich merke halt, dass ich viel zu wenig Macht hab, um hier effektiv gut teilen zu können Moment kurz Da kommen noch mehr Das ist nicht alles Das sind nicht nur die zwei Wie viel kommt denn da noch? Ich weiß es nicht, aber da kommt mehr Okay, dann warte ich mit meinem Charge Kannst pullen Kannst pullen Putsche, Putsche, Putsche Ui Ähm, der sollte da eigentlich nicht hin Übernehmen Dann müssten jetzt alle genau Genau, perfekt Geht's irgendwie? Weiß ich nicht, musst du heilen, guck Wieso heile ich mich denn jetzt nicht jetzt? So und mit der Chess Ah, jetzt Mir geht's gut Perfekt Perfekt Er ist nicht wichtig, dass ich das für die Highlight Bei mir ist ein Down, da einer noch Perfekt War's schlimm? Das ist... Ja Okay Also ich hab schon wieder keinerlei Wanner mehr Einer, warte mal kurz Ey, das ist so heftig Ich hab ja den Spell Massenkontrolle Also sie fliegen alle auf mich Fähig und fängt an zu fallen Weg Und ich hau trotzdem ein in die Menge Wie's nur geht Und weg Ja, ich vor allem Ich versuch jetzt schon leicht anzufangen Also ich geb dir immer erst die Barriere Dass ich dich anfangs gar nicht heilen muss Und hau dir nur einen kleinen Hot drauf Also wirklich nur eine Mini-Mini-Heilung Ja Ja Aber das reicht, dass alles schon zu mir gelaufen kommt Nett vorlaufen Böser Charge Charge Come on, Charge In-Kampf Guck Fäbda Ja Ich werde den rechts wirbeln Det fled Ich bin noch alle Guck Eine D終ts Die Die Dein Die 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.